Meine Nahrzeuge sind weggebrannt davon. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch spielen kann. Okay, let's go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu wieder einer neuen Serie, die ich hier auf dem Kanal kriegen werde. Es heißt, die heißt FIFA, ne Panisch FIFA, so, Panisch FIFA und heute haben wir eine richtig kranke Challenge. Heute haben wir nämlich die schärfste Soße in der Welt hier. Die schärfste, die kommt aus Asien, guckt euch das an. Hier die, diese, wie heißt die hier, Mockenackenungel-Soße. Auf jeden Fall, das ist hier China, Vietnam, alle scharfen Chili-Experten haben diese zusammengebraut und wir werden es so machen, pro Gegentor werden wir während des Spiels auch schon ein, so ein Esslöffel, oder Teelöffel, was das ist. Lucky Exen, sozusagen. Und hier haben wir wieder den Kevinito, falls ich den 100 Abonnenten-Special schon jetzt hochgeladen habe, dann kennt ihr ihn schon. Falls nicht, dann lernt ihr ihn jetzt kennen und könnt später nochmal beim 100 Abonnenten-Special sehen. Da haben wir nochmal auf jeden Fall ein Video aufgenommen. Falls ihr das so hochgeladen habt, schaut doch mal vorbei, auf jeden Fall. Oben wieder ganz oben der Videobeschreibung seht ihr den Instagram von ihm und auch meinen, da könnt ihr auch mal vorbeischauen, falls ihr Bock habt, ein bisschen Lifestyle und Walk'n'Roll, Sex und Drogen und sowas so sehen. Schaut da auf jeden Fall vorbei, richtig geil. Ja, eher bei mir, bei ihm ist eher so was anderes. Egal, schaut auch vorbei, falls ihr Bock habt, mehr über uns zu erfahren. Ja, und wir werden Anstoß spielen. Zack, Anstoß, äh, hier. Und er ist ein bisschen, also ich spiele mehr FIFA, deswegen ist es gerecht, er darf sich ein Team wählen, was er möchte. Also er kann sich Legenden holen, was er möchte, ja mal guck oder so. Und ich darf nur maximal ein 3-Sterne-Team wählen. Und ich werde, zu der passenden Soße, werde ich nämlich China nehmen. Und er wird sich, oder? Für was ist ein Scheiß du dich? Ich hol die Bayern. Bayern München, okay, das ist geirrt. Ich könnte auch für Top 3 Mannschaften, würde ich sagen. Für den Bayern und Barca, kommt vielleicht noch dazu, aber dann gehen wir mal rein. So. Es muss aber auch gesagt sein, wir beide Münzen einfach wirklich nicht scharf zu essen. Ja, ja, das ist, beziehungsweise, wir essen ungern wirklich richtig scharf. Also, also, stimme ich zu. Also ich kann schon einigermaßen so ein leichtes Scharf, aber wenn es schon richtig, so wie hier das ist, das geht gar nicht. Also, da komme ich direkt hier so einen dicken Kopf, Alter, roten Kopf. Abgesehen davon, ganzen Löffel damit voll, ist dann wieder eine andere Beschüsse. Vielleicht ist es beim ersten Löffel noch okay, aber was ist beim dritten oder so? Also, soll mir vielleicht auch sehr offensiv stehen, damit mehr Tore passieren? Willst du es? Oder wir machen nicht voll, sondern nur sehr offensiv, okay? Damit passieren mehr Tore, oder? Ist auch interessanter. Weil sonst spielt da einer vielleicht hinten rum, aber so kann es ja nicht passieren. Da muss ich jetzt gerade mal gucken, was wir hier haben. Wir machen jetzt gerade noch schnell die Aufstellung hier. Ja, ich habe mir hier immer nur Scheiße angekriegt. Ich habe das Gefühl. Oh, hier haben ich schon so vier Forster Skillers. Hier, Zhang Zhang Dong. Eieieiei, die richtige Legends hier auf der Bank. Ich kenne nicht einen Spieler. Ich suche gerade hier so einen Forster Skillers oder so. Aber ich finde hier gar keinen. Also, ich habe einen gefunden. Wir haben hier Yu Da Bao. Da Bao, wisst ihr, was Da Bao ist auf chinesisch? Ich kann es halt so mitnehmen. Chen Long, hier, wie heißt der hier? Woher kommt der hier? Von Dragon Ball? Wer heißt nochmal Chen Long? Ja, hier kommt der hier mit Davon Dorski und so weiter. Da hat die hier ein Luxusproblem. Okay, ich kann, glaube ich, nichts Besseres machen. Ich habe einen Goldspieler hier, den Torwart Wang Daalai. Daalai. Ja, ich werde damit gehen. Wo hast du das Leberini-Spiel? Edeljoker. Edeljoker, der denkt auch, ne, mach dich. Dann habe ich mich, guck mal hier, den noch verbessert, Junge, in Form. Und bei mir, okay, guck mal hier, richtiger Topf-Schnitt hat der Junge. Läuft bei dem. Okay, ich schaue mir. Richtiger Puck-Guy, ja? Richtiger Puck-Guy, was kriege ich gelernt, Leute. Habt ihr Bock, mehr geschehen, Wörter zu lernen? Schreibt das mal in den Kommentaren. Ich kann euch richtig wertvolle Wörter beibringen. Puck-Guy zum Beispiel, habt ihr ja schon gelernt, was heißt. Okay, Leute, jetzt wird es spannend. Eieiei. Im Regen, fängt schon gut an. Ja, das ist, spiele ich auch nicht so gerne, aber besser als dieses Nebel, Alter. Das haben wir ja eingestellt, dieses scheiß Nebel, das Neb-Ultra. Achso, hier, ähm, hier, Serfen muss ich einstellen. Okay, jetzt geht's los. Schauen wir mal, was passiert. Du merkst schon den Unterschied. Oh mein Gott, jetzt Pacer mir davon. Ein Ball, nein, nein. Ja, egal. Macht nicht. Oh, come on. Boah, da fand ich mal Glück ab. Fast ein Löffel für mich, aber... Alter, da kommt der Pace hier, aber... Nicht... Alter, Digga! Wie heißt er, Chi-Jang-Sang oder wie heißt? Da, Shang! Wo köpft der hin, Digga? Mal ein Tor, machst du zwei, oder wie sieht's aus? Du kannst eine Flasche ächsen, dann. Ein Tor. Digga, nein. Boah, Tor hat gut gemacht. Komm jetzt hier. Dao-Bau, ne? Dao-Bau, zeig, was du trafst. Nein, ey, die müssen... Die sind echt ein bisschen langsamer, muss ich sagen. Aber hier, tatsächlich die Lücke... Da seh ich die Lücke. Digga, ein scheiß Neuer! Ne, 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 ne. Komm, komm, zeig mir dein Karate... Ah, das war dumm von mir. Als könnte ich so ein neuer... Neuer so überrum... Ah, ja, super. Nei. Oh, scheiße, jetzt hat er den Konterleicht eingeleitet. Hat eine richtig gute Ablenkung. Was war das denn, du Idiot? Ne, ne, ne. Hör auf damit. Ah, du bist... Nein! Ja, jetzt, Kosta, 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 da ist ein Eins. Was ist das denn? Da ist das 1 zu 0. Alter, Digga, was war das für ein Aids, Junge? Guck mal, der... Hat den Ball schon gehabt, Junge? Und dann macht er so... Alter, Dig... Scheiß, Alter, okay. Okay? Okay, okay, dann muss ich dazu stehen. Und dann muss ich einen Löffel davon mal essen. Digga, shit, Alter, shit. Oh mein Gott, ich kotze, glaube ich, davon, ey. Okay, ich hab leider gar keine Milch jetzt hierhin gebracht. Ne, überträgt nicht so viel. Okay. Einen Löffel halt, ne? Okay. Ja, schon ein bisschen mehr, weil... Vielleicht wär's nur nämlich einen Löffel essen. Ne, mehr, ich kippe dir echt richtig viel, Junge. Okay, jetzt ist das reich, das ist ein Löffel. Also, ihr seht, hier, ganzen Löffel voll. Also, das ist schon abartig. Boah, das riecht schon so scharf, Alter, meine Nase brennt schon. Meine Nase haben uns schon weggebrannt davon. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich da noch spielen kann. Okay, jetzt, go. Oh, Leute. Warte, ich muss das kurz was ertrinken. Vor allem, weil auch Wasser was bringt, ne? Ist hier irgendwo ein Müt an, wo du reinkotzen kannst, oder? Alter, dick. Oh, ich kann nicht mehr mal davon, kannst du noch einen essen, ey. Ja, wenn es aber dabei bleibt, musst du noch mindestens einen essen, ne? Ach, scheiße, hab ich doch gerade noch gesagt. Nee, egal, okay, komm. Da hast du mich jetzt gerade selbst mit reingeritten. Nee, Digga. Nee, nee, bin nach der Nase. Du kriegst auf jeden Fall mindestens einen Löffel, auch wenn ich auf den Fuß fressen muss. Einen Löffel kriegst du mindestens einen Löffel. Aber vielleicht nicht so gut China zu wählen. Können wir hier alle gar nichts hier. Nee, nee, nee. Alter. Ah, schade. Ich hab schon herzweil in Fache bekommen, Alter. Wie kann der den Kopf mal gewinnen, ey? Das juckt vorher, kennt ihr das, wenn irgendwas scharfes ist und dann, oh, scheiße. Nein, Alan, 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 Alan. Oh, schade. Kennt ihr das, wenn man was scharfes ist und dann juckt das die ganze Zeit auf den Kopf so irgendwie. Und dann kommen diese ganzen Poren oder öffnen sich oder so. Ja, okay, es ist schon ein bisschen ausgeglichen. Ich muss auf jeden Fall noch das Tor machen, komm, jetzt. Angenommen, es sollte zum Alphameter-Schwischen kommen. Dann, dann, dann muss es halt nach jedem Fall gegessen. Das ist, das ist tot dann. Sollten wir beide verhindern, dass es nicht zum Alphameter-Schwischen kommen soll. Dann ist tot. Ich werde auf jeden Fall auch mal, ich denke mal, ich werde auch andere Spiele mal bringen. Also nicht immer nur FIFA. Das wird ein bisschen abwechslungsreicher ist. Zwar ein FIFA-Kanal, aber man kann auch, komm jetzt. Oh, dieser neuer Junge. Jetzt hört mal auf. Weg. Oh mein Gott, abseits. Boah, das war so ein Glück, abseits. Zweiten Löffel gefressen müssen, ey. Ah, wohin paust du, du Idiot? Egal, egal. Nein, nein. Oh, was ein ekelhaftes Tor, ey. Unglaublich. Ach, scheiße, ich muss einen zweiten Löffel, wenn ich daraus schon gefressen habe. Also ich hole gerade noch einen zweiten Löffel. Außer du möchtest, von dem wir hier essen. Es ist Zeit, dass du auch mal einen schönen Löffel von dieser geilen Soße isst. Oh, das heißt auch, dass es vielleicht sogar Verlängerung ist, das wird ja noch schlimmer, ne? Der kommt echt, ey, ich will euch. Guck mal, hier machen wir ein bisschen mehr. Ja, chill. Oh, warte. Der kommt übertreiblich. Okay, okay. Aber die nächste Ladung, der Verlierer muss voll machen. Also, der Verlierer muss komplett voll machen, bis oben hin. Bis das nicht mehr geht. Das ist der Verlierer-Ponus. Okay. Geht, Alter. Ja! All right, bist du ready? Nein, ich hab das so auf. Nein, ich hab das so auf. Nein! Scheiße, Digger. Oh mein Gott. Du brauchst noch eine Minute. Ich hab auch das durchgemacht. Du musst auch durch. Alter, es kommt bei mir immer, guck mal, wie lange das schon her ist. Ich spüre es immer noch hier im Rachen. Diese Schärfe, Alter. Hast du ein Glück gehabt, dass es überhaupt so etwas war? Alter, der ist... Ey, was denn hier ist los? Ey, warum hab ich gar keinen Spieler? Warte mal kurz. Boah. Boah. Boah, Alter, der ist voll im Verrecken hier. Ich glaub, der griffst noch schlimmer als mich. Oh, Mann. Kostar, ich... Ah, komm schon. Komm, 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 mach. Ich kämpf nicht durch. Jawohl, komm. Ah, ah, ah. Nein! Da hab ich mich bein... Oh, dann soll ich... Ähm, ich hätte Sweat in Sonne oder so, Alter. Digger, chill mal, chill mal, Digger. Nein! Oh, ich hab Kopfnuss gegeben. Alter, wie schnell er sich jo recovered hat, Kostar, ey. Digger, hör mal auf. Kostarkostark! Du bist doch ein.... Nein! Longshot Ihr ist das richtig krass Das ist doch Frau! Der neue Held hält alles Was soll ich denn machen? Okay, Verlängerung. Wir machen jetzt Verlängerung. Machen wir keinen Code. Sollen wir den Code machen oder nicht? Oder willst du das ausführen? Ist das egal. Ja, sagen wir mal normal, also klassisch. Das ist ziemlich ausgeglichen, aber... Ich lage den Ping. Ich lage den Ping-Ping auf SunKi. SunKi. Zieht nach innen. Macht einen Trick. Nein, macht er nicht. Robin, Natja ist da. Oh mein Gott, ey. Guck mal, wie viele Leute... Ey! Ne, 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 ne. Die Chiri, du Bastard, du bist ein Foul! Du Arschloch! Du Sveli Arschloch! Du Sveli Arschloch! Du Sveli Arschloch! Ey, die Sveli Schiri ist so ein Arschloch, Alter. Junge, der haut den einfach in die Fresse. Ich würde gehen zurück in die Fresse. Der haut den in die Fresse durch. Und dann liegt der... Kein Foul. Nö. Naja, jetzt musst du die Scheiße noch dafür essen, Alter. Ja, komm. Alter, mach mal schnell. Ich mach jetzt noch ein Tor, Alter. Mach schnell. Ich muss sagen, ich hab auch heute noch nicht so viel gegessen. Auf dem leeren Magen ballert es noch mehr. Ey. Okay, okay. Das ist ein fetter Tropen, Alter. Guck mal hier, Alter. Das sieht auch wohl ekelhaft aus. Alter, kurz. Oh, wenn du das... Alter, wenn du... Ich kann ja nicht mal reden. Boah, Alter, Leute. Boah, Alter. Boah, das hilft gar nicht, das Wasser. Boah, das ist richtig ekelhaft, Leute. Boah, egal, kommt nicht, ja. Ich ziehe das nicht durch. Boah, das ist gar nicht so richtig geil, das ist richtig ekelhaft. Komm, komm. Zieh ihn rein, Junge. Ach, Mann. Geh mal mit deinem arschfetten Arsch. Da weißt du das, ich bin jetzt hier, Alter. Das ist so schade, Alter. Das ist noch versetzt, hier. Guck mal, wie... Der hat nicht mal einen Balken zum Laufen, Alter. Ich fühle mich so richtig. Haut ihn einfach rein, Junge. Haut ihn einfach rein, Junge. Oh, Moment, komm. Ne, 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 ne. Nach dahin wollte ich... Nein! Oh mein Gott, Leute. Fallrückzieher. Oh mein Gott, das... Eigentlich musste ich erst eine ganze Flasche trinken dafür. Ich hab ein Fallrückzieher den gegeben, Alter. Einen fucking Fallrückzieher, Junge. Oh mein Gott, guck, guck, ich muss ihn wiederholen und gucken. Währenddessen kannst du ja auch immer deinen Nürnchen trinken. Guckt euch das an. Ich hab noch nie so ein geiles Schur geschossen. Guckt euch das an. Oh mein Gott, das ist ein Fallrückzieher. Oh mein Gott, das ist so destroyed, Junge. Oh mein Gott, guck euch das an. Oh mein Gott, was ist das... Zubara, das ist ein echter Zubara. Und jetzt... Tendok, das ist doch jetzt Tendok. Hier, okay. Ja, okay, das ist gerecht, das ist okay. Gerechtig. Ich glaub, die Trockeln kollapsen jetzt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was kommt mit einem Nachschluck auf eigentlich. Kotzreißer, dann bitte kotzt du hinten in die Eimer oder so. Hast du überhaupt einen Müllarm an, ey? Ne, aber es ist keine Tüte drin, aber besser, als dass er auf dem Boden kotzt. Ich weiß nicht, ob er verschießt, muss einen essen. Alter, das ist so lustig, das Spiel. Kannst du ehrlich... Mir brennt das selber im Mund, aber es ist so lustig, wenn man Gegner ansieht. Komm, Alter. Let's go. Die kennen alles aber keine Skills. Ah, man, er hält ja auch seine Fresse in der Penner. Alter, geht's mir doch gut nicht, dass wir gleich in Kraftauswissen... Ne, ne, ne. Oh, oh. Nein. Ich hab dich aufgepasst, ich Idiot. Ich dachte, du hast ihn geklärt, Alter. Nein, nein, nein. Halt deinen Maul, Junge. Halt deinen... Nein, 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 nein. Du Wichser, du Wichser! Halt dein Maul! Halt deine Fresse, Mann! Nein! Das muss sein! Du Wichser bist ein kleiner Wichser, Junge! Das muss sein, sorry! Du kleiner Wichser, Alter, Mann! Dann so fällig, Alter! Oh my fucking god, ich hab keinen Bock, Alter! Ich muss eigentlich noch sein, nur zwei, glaube ich. Vor allem so kurz vor Schluss. Ja, komm, mach schnell, vielleicht hab ich noch die letzte Chance. Alter, ich glaube nicht, Alter, dann sterb ich eh schon, ey. Was ist eigentlich schmeißig, Alter? Guck mal, hier, wie so'n fetter Batzen, Alter! Ihr wisst gar nicht, wie scharf das ist, das ballert so auf den Magen. Alter, bist du denn? Der Geschmack ist so ekelhaft, Leute! Es ist einfach so, als würde er einfach diese Kerne... Diese Kerne, die Kerne vom Chili würdet ihr einfach pur essen. So schmeckt das gerade. Komm, scheiß doch, ich mach das jetzt durch, komm. Ich pannier dich jetzt, ich pannier dich jetzt, komm. Zieh einfach, zieh! Digga, 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 Digga! Kämpf doch, du Arschloch! Alter, es kommt... Ich kann nicht mehr! Nein! Come on, Mellow! Na, schade! Mach schneller, mach schneller! Mach schneller, du Arschloch, mach schnell! Oh, Mann, ey! Jawoll! Äh, gib der mir nicht mehr, wenn ich... Alter, brennt so um meinen Halb, Alter! Ich hab keine Bock mehr, Alter! Ich hab keine Bock mehr, Alter! Das muss sein! Ich hab keine Bock mehr, Alter! Ja, alles gut! Ey, wir wollten gleich noch ein Video aufnehmen, dann sehe ich aus wie so ein Spastik, der kurzum sterben ist, wie so ein Zombie! Ey, wie kommt das alles gerade auch voll durch die Nase? Kann ich erst, wenn das... Das kommt jetzt mit der Furcht durch die Kehle und die Schnübelung genommen? Ey, du Arschloch, das reich! Guck mal, der übertreibt ja so direkt hier, voll Löffel! Okay, Leute! Und jetzt den letzten, letzten Löffel! Okay, Leute! Dafür! Für den letzten, äh, Löffel! Ey, du hast voll viel drauf gemacht, du Penner! Boah! Uuh! 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 Leute, ich kann nicht runter dürfen! Leute! Okay, Leute! Haut rein! Hier, lasst ein Like da! Abonniert, falls ihr neu seid! Willst du noch was sagen? Nee! Nee! Okay! Und damit sind wir raus, Leute! Ciao! In diese Episode willst du Casey & Sheev Fiefer total im Durchspring und Rage bringen mach dich auf was gefasst! Ha ha ha